Ja, ich hab's ihm furchtbar rausgekriegt. Jetzt erklärt er einer die Linie, da ist alles vorbei, ja. Also heute darf man nicht so, was du alles sagen. Schwer. Sie sind zurückgegangen, aber zurückgekommen sind sie nicht. Aber es muss ja da noch einer sein, wenn wir noch zwei andere reingekommen haben. Wie heißt der Kapitän daheim? So weit sind die Hände weg! Das passt schon. Das passt schon. Das passt schon. Aber so jasen die, da sind sie nicht mehr die Aufmerkungen, oder? Das passt schon. Das passt schon. Das passt schon. Das passt schon. Das ist jetzt nicht drin, aber nicht mehr zu sprechen. Das passt schon. Zähler kann ich nichts. Soll ich mach was! Was ist das? Ja, ich hab's nicht verstanden. Jetzt denk ich mal. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Super, Benji! Ja, genau. Das habe ich auch nicht mehr gedacht. Wenn es noch ein weggeht, dann hat das sogar so viel mehr. Die hat sich ja selber so geschaut im Endeffekt. Ich habe die Dörne da, umso lieber da ist es. Da hat der Kalai, was alles steht an. Ehe gut. Das ist ein Ransel, wie ein Deku aussteht. Wo ist er der Birndi? Der Birndi, der Birndi. Der Birndi ist der Beste. Heee! Ja, da brauchst du nicht schreien. Da brauchst du nicht schreien. Da brauchst du nicht schreien. Ja, geh. Nein, ich habe jetzt nicht mehr. Das ist ein Döpper! Hinein! Schieß! Noch einmal! Ich habe einen Pfand von 50 Euro, was die Karten haben. Die Pfand, die billigste, was, glaube ich, 50 bis 100 Euro. Die kostet es regulär. Heee! Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist es auch schon wurscht. 10 Euro billig und ich sitze bei den Deutschen. Oder ich zahle 10 Euro her und sitze in Österreich. Ja, ist eh klar. Die holst du dann. Das ist ja wie eine Mafia. Hinein! 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 Sohle, geh! Hinein! 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 Höfel kriegt Dome ... Ja, das ist ein Banker im Endeffekt ... Schau, der Typ, der handkommt mit dem Zug überall hin. Wie sieht er? Das wurde kombiniert, wieder sauber! Sauber! Geht schon hoch, geht schon! Hey! Das ist der Wahnsinn! Harry! Der Zehner! Komm, schütz! Gell, Sepp? Klappe! Ja, das ist ein Ohren, um es auszusehen. Ja, das ist ein Ohren, das ist. Ja, das ist ein Ohren. Das ist ein Ohren. Ja, das ist ein Ohren. Was morgen geht, das tut nur eher um 12 Uhr. Der muss nicht der Beinde. Das ist immer schwer. Der darfst du nicht nehmen. Der darfst du nicht nehmen. Der darfst du nicht nehmen. Und jetzt wird es wieder... Es ist nicht mehr brav gespielt. Gibt es gar nichts. Ok, ich habe einen Ballkontakt. Ich glaube, er hat nicht gewusst, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Ich bin eh gleich weggekommen. Ich habe wirklich mit der Hand gefangen. Ja, abgehört. Sonst werden wir nicht einmal drübergekommen. Wir brauchen uns nicht aufregen. Wir brauchen uns nicht aufregen. Wir brauchen uns nicht aufregen. Au! Waaah! Hinein! Der war gut! Hier, Winko! Ein unglaubliches Tor! Der war gut! 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 Ich bin eh! Schützenfest! Ich muss noch abräumen! Der war gut! Der war gut! Der war gut! Der war schön! Sie sind in der Wunnen! Wehehe! Das ist ein Wahnsinn! Brutal! Ja! Habe ich auch geschrieben, Balsam für die Wunden! Danke, Buben! Die sprengte du nichts mehr! Außer Steißbeinverletzung! Ja, Vicko! Grün-Weiß! Heu! Heu! Im 18. liegen wir schon wieder lang wieder. Wir werden ja gar nicht wieder. Wir sind schon wieder rein. Das ist jetzt gar nichts. Ein Scheißmenkel da, leider. Die Säulen drin. Wo ist ein Kleider da? Wo ist der Vier? Entschuldige, gell? Nein, keine Angst. Ich tue eh nichts. Ja, Vicko! Ja, Vicko! Ja, Vicko! Schütz! 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 Schütz!